hi und damit ist fristende jetzt in diesem moment wo das video erscheint gehen die e mails an alle teilnehmer raus die angenommen wurden danke an alle die eingereicht haben und auch an die die nicht angenommen wurden aber ich kann nicht jeden annehmen ich wollte ein starkes teilnehmer fällt von 16 teilnehmern und das habe ich das heißt das turnier startet im viertelfinale nun zum ablauf die runden und qualis erscheinen immer samstag 18 uhr meine bewertung erscheint am darauf folgenden samstag 15 uhr es wird auch kurzanalysen zu den qualis geben das user voting geht bis zum freitag 18 uhr apropos user voting wie das user voting abläuft da seid ihr euch immer noch nicht einig geworden ein letztes stechen eine letzte abstimmung könnt ihr jetzt noch mal über das hier machen das ergebnis gebe ich nächste woche freitag auf instagram bekannt wenn es dann wieder ein unentschieden ist dann entscheide ich einfach was wir machen es gibt auch eine änderung am bewertungssystem meine zehn prozentig dazu geben wollte fallen weg und es gibt eine neue kategorie nämlich text punkte zu text zählt die technik das track konzept also wenn man ein thema hat und damit umgeht punchlines kam dazu zählen oder halt auch normale lines also wenn man gute vergleiche hat oder auch lines die echt gut zum thema passen und gut durchdacht sind können damit rein zählen also es gibt jetzt die kategorien text flow user voting und video bei allen sind gleich viele punkte erreichbar des weiteren darf nur ein track pro runde eingereicht werden sonst wird das mit meinem bewertungssystem irgendwie komisch also wenn ich zwei hooks zu bewerten habe in einer runde dann welche nehme ich dann zu meinem system deswegen reicht lieber ein track ein und dann einen guten und dann passt das für alle dann noch eine bitte an meine community seid in den kommentaren aktiv denn den teilnehmern hilft wahrscheinlich so und ist gleich nicht so wie die konstruktive kritik in den kommentaren wollte ich nur noch mal erwähnt haben so nächste woche samstag 18 uhr kommen die ersten vier qualis von gruppe a online abonniert mich auf youtube wenn ihr es noch nicht habt folgt mir auf instagram es wird ein neues turnier